Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant, dem angeblichen COD-Killer. Wir spielen es, diesmal als Video, mit der angepassten Playlist, sprich nur drei Spielen, wo die, weil die anderen hasse ich ehrlich gesagt. Ja, wir können... Okay, wir gehen direkt rein. So, genau, wir nehmen wieder hier aus dem Libertad. Genau, die MP7 haben wir. Kurz zur Information, sowas wie Shooter ist eine Ausnahme, da ich eine Sehnscheiden entzündet habe. Deswegen kamen jetzt auch seit ungefähr fünf Tagen keine Videos mehr. Ich konnte leider... Oh, schade. Ich konnte leider nichts aufnehmen. Es hat so wehgetan und... Oh je, Gott, da kam man hin. Deswegen, wie gesagt, ich konnte nur leichte Spiele spielen. Wenn überhaupt, das war wirklich... Das Klicken war das Anstrengendste. Unschön. Oh Gott. Ich habe irgendwie gestern eine Runde versucht, aber da habe ich auch schon... Das ist halt ein bisschen blöd, dass das hier zugekommen ist, aber... Ja, okay, okay. Tschüss, wie viele sind da? Ähm, ich habe es auch noch nicht geschafft, richtig OBS einzustellen, wegen meinem Mikrofon. So, lass mich mal... Na, oh mein Gott. Ja. Go, go, go. So, ich mache das jetzt auch mal mit Bunnyhoppen. Nervt mich langsam, ehrlich. Jeder gewinnt hier nur dadurch. Dieses Bugs Bunny-Scheiß-Ding hier. Oh, schade. Fast bekommen. Ja, wenn ich ein bisschen verziehe, dann tut es mir leid, wie gesagt. Ich habe Probleme, das gerade zu spielen. Sehr tolle Probleme. Jetzt sind wir hier... Oh Gott. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. No way. Nein. Oh mein Gott, Sieg. Okay. Prima. So, wir nehmen wieder den Libertad. Bin mal gespannt, wie es weiter wird. Ich merke gerade nur ein bisschen... Oh Gott. Oh shit. Ja gut, keine Chance. Wir müssen gleich mal... Achso, wir müssen noch mit einer PAM spielen. Das sollten wir jetzt vielleicht mal machen. Ich mache ab und zu Nutzerinfo für euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mache ich ab und zu mal ganz kurz, wenn ich gekillt werde, eine kurze Pause wegen meiner Hand. Okay, haben wir. Oh Gott. Okay, haben wir. So, jetzt können wir Schrotflinte... Ah, haben wir schon. Gut, wir müssen einen Schrotflintenkill machen und dann noch einen Schnellwechsellkill. Schnellwechsellkill wird interessant schwer. Also interessant und schwer. Ähm, wo sind wir? Oh Gott. Oh, okay. Auch gut. Schnellwechsellkill könnten wir mit der machen. Ne, was ist er? Haben wir das jetzt nicht gemacht? Haben wir das nicht... Ich glaube, der hat das nicht registriert. Wegen der Mission. Das wäre ein bisschen blöd. Ich finde es ziemlich OP, dass man sich hier heilen kann. Ich darf gerade schon... Es tut ziemlich weh, aber das hält mich nicht vom Zocken ab. Es ist zwar nicht so gut, dass ich jetzt hier so damit spiele, aber... Ich habe da auch gerade so ein gewisses... Das ist so ein typisches... Ich will unbedingt... Ich will wirklich YouTube machen. Aber es... Ich habe gerade ehrlich gesagt irgendwie, weil ich gerade... Mein Brain war auf K. Ja. MDR. Wie hat die mich mit einer MDR gekillt? Okay. Das meine ich. Habt ihr das gesehen? Also ich habe so ein oder zwei Schüsse abbekommen nur. Und ich war direkt tot. So, ich verstehe das oftmals nicht. Na ja. Gucken wir mal. Ich muss mal das üben mit diesem Bunny Hop. Oder wie auch immer das ist. Der Bugs Bunny einfach. Weil ehrlich gesagt, ich wollte sowas zwar nie... Sowas wollte ich nie machen. Aber die lassen mir aber keine Wahl. So wie die teilweise spielen. Ich weiß nicht, wer gestern den Stream gesehen hat. Ähm, da waren extrem viele Leute, die den hier gemacht haben. Ähm, ein Bugs Bunny und äh... Da hat man aber gar keine Chance. Fertig. Ich habe mir dieses... Dieses Runter-Hoch von Rainbow Six angewöhnt. Angewöhnt. Jo, perfekt. Das ist, äh... Okay, geil. Ich hasse Movement. Die machen das ganze Spiel kaputt. Muss ich mal so sagen. Ich finde da diese... Äh, diese CSGO-Spieler... Finde ich da gar nicht mal so schlimm. Also diese... Diese weiße Sniper in der Hand und auf kurze Distanz direkt no-scopen oder sonst was. Da finde ich die nicht... Nicht mal so schlimm. Aber... Oh, natürlich habe ich ihn nicht getroffen. Komm, explodiere. Manchmal hat man aber auch, muss ich ganz ehrlich... Also das Team ist nicht, das geht. Aber manchmal hat man auch echt so interessante Teams. Ja, es hat... Es hat als Schnellwechsel-Kill. Ich habe gerade so Hoffnung gehabt. Warte, was? Habt ihr das? Alter. Jo. Ja, man muss erst mal in Fahrt kommen. Sagen wir es mal so. Oh nein, okay. Ja. Ich hätte nicht reloaden sollen. Yes. Okay. Ja, dann können wir jetzt gleich die Ausrüstung einmal chainen. Als ob die einen Pump-Schuss überlebt. So, gucken wir mal. Hier muss es doch irgendwo. Bist du aber. Yo. Wie stark ist die bitte? D-50. Das muss ich dir mehr merken. Hä? Wieso schießt denn der nicht? Hä? Ich kann nicht mehr schießen. Was ist das denn? Hallo? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich kann nicht mehr schießen. Na, jetzt haben wir verloren. Egal, wir haben so oder so verloren. Habe ich gar nicht mitbekommen. Egal. Was war das denn? Jetzt, ich konnte nicht schießen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Oh. Okay, wir haben anscheinend viel ge... Ja. Okay. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt aber erstmal mit Exifind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das gerne ein Like oder ein Blöder. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Müsst ihr überall verlinkt sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.